Herzlich Willkommen zur nächsten Sword Art Online Episode hier auf WePlayGames4U. Ich bin Suivo und wir sollen zurück zum Shopping Distrikt, um mit der Lizbeth zu reden, die ihren neuen Waffenladen eröffnet hat. Das machen wir jetzt auch erst einmal, wenn das unsere Mission ist. Das ist wohl der Laden, schätze ich jetzt mal. Und da steht sie schon. Lifpass, äh, Waffenladen oder Rüstungsladen. Da sagt der Shop sieht großartig aus, und sie sagt, er hat recht. Willkommen zur Eröffnung. So, wie läuft's denn? Läuft der Shop gut? Für den Start ist das ganz okay. Es ist gut, dass du einen neuen Laden gefunden hast. Das ist der Shop nicht großartig. Ich bin richtig glücklich, dass ich diesen Platz bekommen habe. Zu schade, dass es kein Wasserrad hat, wie das vorherige. Das erinnert mich daran, dass Kiritos Einhandschwert, ähm, dort gemacht wurde. Wie sich jetzt herausstellte, war das das Stärkste, was sie jemals vorher gemacht hatte. Der Dark Repulsor, äh, der das Böse oder die Dunkelheit vertreiben kann. Es gibt immer noch Dunkelheit in einen Card. Also muss ich, äh, die restliche Dunkelheit auch noch, äh, vertreiben. Das ist auch für Liz, die die Waffe hergestellt hat. Hey, hey. Wenn du so coole Sachen zu anderen Mädchen sagst, wird das nur Asuna, äh, wütend machen. Wirklich? Wie wäre es denn, wenn du mir ein paar, äh, Waffen machen würdest, Liz? Äh, da dein Shop wieder geöffnet hat? Äh, es ist okay für mich, welche für dich zu machen, aber... Es gibt ein paar Bedingungen, äh, ich möchte, dass du mir hilfst beim Erhöhlen meiner Fähigkeiten. Ich möchte, dass du mir hilfst beim Erhöhlen meiner Fähigkeiten. beim Waffenschmied verloren gegangen bist. Ich muss... Ich muss... Ich bin nicht von Neuleveln, oder ich, äh, bin nicht in der Lage, ein fähiger Waffenschmied zu sein, oder... ... auch nicht in der Lage, dir neue Schwerter zu machen, Kirito? Das ist richtig, ich werde dir helfen. Was wirklich? Ich sage, ich werde, also sei nicht zu überrascht. Es tut mir leid, Kirito, du musst auch sehr beschäftigt mit deinem Fortschritt sein. Ja, es stimmt, dass ich, äh, sehr beschäftigt bin, aber für dich mache ich etwas Zeitweilis. Für mich? Da du Schwerter für mich, äh, machst, ist das das Geringste, was ich für dich tun kann, oder? Also ist das das, was du meintest? Wie auch immer, danke, Kirito. Wenn du Zeit hast, komm zu meinem Laden. Wenn du kommst, äh, bitte hilf mir beim Leveln meiner Fähigkeiten. Okay, hab verstanden, ich werde immer mal wieder vorbeischauen. Du musst dich nicht, äh, selbst dazu drängen, hierher zu kommen. Ich werde kommen, wann immer ich kann, also mach's gut, Liz. Ja, ich werde warten. Okay, ich denke, dass das relativ wichtig ist, ansonsten kriegen wir mal, wohl schlecht, neue Waffen, schätze ich mal. Straßenevents. Okay, Läden, wie zum Beispiel Waffen, also Waffenrüstung und Item-Shops. Ähm, die, ähm, die, ähm, Auslagen, die die Läden haben, variieren, je nachdem, unser Spielfortschritt ist. Ähm. Wenn du einen anderen Spieler siehst, den du kennst, drücke Kreis, um mit ihm zu reden. Frag sie, ob sie deiner Party beitreten, um zusammen zu Abenteuern aufzubrechen. Drücke Kreise auch für eine Konversation, selbst wenn du nur reden willst, über triviale Dinge. Du kannst dich mit ihnen anspreunden. Wenn zwei Spieler zusammenlaufen, wird eine gelbe Sprechblase auftauchen. Drücke Kreise für einen speziellen Chat, um näher zu kommen. Wenn du einkaufen gehst oder zusammen Essen kaufen gehst, drücke den X-Button in der Nähe von einem Stuhl, um sich hinzusetzen und miteinander zu reden. Das ist ja cool. Wir haben eine neue Nachricht bekommen. Das war das Falsche. Natürlich bücke ich mich mal wieder. Ich habe mal wieder ein bisschen meine Probleme mit der Steuerung. Okay, von Lisbeth haben wir eine Nachricht bekommen. Arbeite nicht zu hart. Über das, was wir eben gesprochen haben mit dem Erhöhen meines Levels, das kann warten, bis du Freizeit hast oder verfügbar bist in deiner Freizeit. Also viel Glück mit dem Assulting, also mit dem Vorankommen. So, das war's dann wohl mit der Nachricht. Du darfst gerne wieder aufstehen, mein Freund. Jo, okay. Yes, hi, okay. Das ist ja Lisbeth, oder? Was ist los, Kirito? Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit ihr eine Party machen will. Können wir es eigentlich mal machen. Willst du wirklich eine Party mit mir gründen? Sicher, lass uns zusammen gehen. Okay. Großartig, also lass uns gehen. Was ist los? Reden wir einfach mal mit ihr. Oh, was ist hier los? Das ist ja interessant. Wir müssen da... Okay, also sie muss die Unterhaltung auch genießen. Okay, unsere Beziehung zu Lisbeth ist ein bisschen besser geworden. Das ist ja interessant. Also hat man eine bestimmte Gesprächszeit und in der Gesprächszeit muss man sich halt quasi gut verstehen. Indem man halt dann entweder ist halt ablehnt oder zustimmt. Das hier, das ist bestimmt was zum Essen. Willkommen, wie wäre es mit zwei delikaten Broten für 400? Kauft mal das da einfach mal. Das hat ihr wohl gefallen. Das ist ganz cool gemacht mit diesem Freundschaftssystem. Muss ich sagen. Die Frage ist ja, was machen wir jetzt mit ihr? Ich würde ganz gerne mal wieder kämpfen in irgendeiner Form. Was ist los, Kirito? Eigentlich will ich jetzt nichts mit dir machen, Asuna. Ich habe die Dispuffe aktuell dabei. Wenn wir raus auf ein Feld gehen, hat sie gesagt. Ja, ich weiß nicht so genau, wo wir jetzt wirklich hin sollen, wenn ich ehrlich bin. Sei vollkommen vorbereitet, bevor du ein Abenteuer startest. Du kannst zwei verschiedene Bereiche mit dem Teleporttor erreichen. Eigenkart von 76 zu 100 und die versteckte Hollow Area. Du kannst auswählen, welche zwei Bereiche du machst, aber wir empfehlen dir zuerst mit der Hollow Area zu beginnen. Sehr starke Fähigkeiten und Gegenstände verstecken sich in der mysteriösen Hollow Area. Diese Features sollten dir helfen, ein Card einzunehmen. Okay, also sollten wir auf jeden Fall da anfangen. Was jetzt nicht... Hier ist ein Quest oder sowas, oder? Was ist das? Das ist ja interessant. Das ist ein NPC. Hey, was ist los? Nehmen wir doch mal die Quest an. Es gibt eine Anfrage für ein Abenteuer, ob wir es annehmen möchten. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, wir sollen entweder die Farm beschützen, ein Geschenk für ein Mädchen finden oder eine vergiftete Nadel. Dann machen wir erst mal das Beschützen. Questgeber ist Flur 76. Die Vigiland Group hilft den Bewohnern der Farm, die Schweine zu eliminieren. Okay, das ist ganz interessant. Allerdings ist es halt auf der 76. Flur und wir wollten ja eigentlich erst mal in die Hollow Area gehen. Gucken wir mal, wo das hier ist. Target, das ist auch in den 76. Und da will ich jetzt auch nicht unbedingt hin. Was ist das hier? Auch 76. Dann lassen wir das erste Mal mit den Quests hier. Ups. Zurück, bitte. Exit, bitte. Ich denke, dass wir da wirklich erst mal in die Hollow Area gehen sollten. Oh, wen haben wir denn da? Mit der können wir auch mal noch mal reden. Guten Abend, Kirito. Aber wenn wir mit dir reden, will sie wahrscheinlich auch wieder in die Gruppe. Das kann man eigentlich mit dir noch so reden. Gruppe auflösen, Chat, Waffe geben, Charakterinfo, Händchen halten. Okay, beobachten. Das bin ich mir nicht sicher, was es bedeuten soll. Wir machen es einfach mal. Warum so plötzlich, du perversling? Okay. Du hast einen Schwachsinn. Action. Dann teleportieren wir uns doch mal zur Hollow Area, würde ich sagen. Da speichert er auch. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erst mal wieder einen Cut. Fangen das nächste Mal dann richtig an. Hoffe ich zumindest. Filia ist auch schon da und sagt, wir treffen uns wieder. Oder so treffen wir uns wieder. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.